Hier ist Tisch der Austunst. Was kann ich für sie tun? Ja, Möck hier. Ich hätte gern die Rufnummer von Herrn Ludwig van Beethoven in Bonn, bitte. Die Rufnummer lautet... Aha. Gut, ich wiederhole. 472089771 25743 8667113 93002. Nein, dann falsch. A3162 968 97509 247 158 158 158 158 158 158. Aha. Also nochmal. 831 6296 827... Einen ganz anderen Zugang zum Ludwig, zum Ludwig van Beethoven, könnt ihr am kommenden Sonntag bei Live at Morris hier um 18 Uhr an den Conversations with Beethoven spiele ich freie eigene Interpretation. und zweier seiner berühmtesten Klaviersonaten. Wir sehen uns am Sonntag.